Kevin, was machst du hier? Was machst du eigentlich? Lass mich dein Content joiten. Jaja, okay, okay. Philo hat actually gefragt, ob er das machen darf. Und dann meinte ich so, ja Bro, also weil... Vielleicht machen wir heute auch alle, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir sind jetzt gerade schon ganz gut durch. Wir haben schon gleich ein Viertel geschafft. Actually, vielleicht machen wir heute wirklich alle. In dem Pacing können wir eigentlich alle machen heute. Gutes Pacing. Gutes Pacing. Und ich meinte so zu Philo, ja Bro, es wird wahrscheinlich so acht Stunden dauern. Philos Antwort war, na perfekt. Digga, also wirklich Philo, wirklich komplett out of content. Digga. Es ist true. Komplett out of content. Na perfekt. Na perfekt. Na ja, es ist so. Es ist so.